so ich probiere es noch mal mit vampires night in der hoffnung dass wir mal ein feature freispielserie kriegen so machen wir auch mal 2020 von anfang und 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 Das läuft aber gerade sehr sparsam mit Scatter, egal in welchen Scatterformen, ob Feature oder Wilds. Achso, Gewinnplan hier übrigens. Schaut raus. Aber kommt nichts. Schade. Schade. So, 10 Euro mache ich noch einen anderen Abo-Wunsch. Schade, dass nichts mehr kommt. So. Zwei Runden noch. Gut. Und zwar gab es noch den Wunsch. Äh, wo steht's? So. Den müssen wir allerdings ohne Explosion spielen. Weil der wieder nur mit dem Fünffachgewinn des Einsatzes funktioniert. Das wollte ich nicht. Fangen wir mit 20 Cent an. Hoffentlich kommt hier mal was. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was der Unterschied zwischen Fahrhaus 1 und 2 ist. Aber ich habe jetzt eins nicht vor Augen. So gut kenne ich die zwei Spiele nicht. Um gerade zu wissen was passiert im Unterschied. Also was unterschiedliches bei den beiden. So gut. So. Dann reinge ich an. jetzt ein symbol aus von sich aus und macht das drumherum komplett voll mach mal ein höheres das ist ein hohes symbol zählt er das jetzt schon? jawohl das sind schon mal 4 euro ach das sind zehn linien spielt, tschuldigung acht euro. haben wir schon mal acht euro jetzt für das bild jetzt rutscht das alles eins runter schade dass hinten keine ergänzung kommt dann zählt er das auch noch mal jetzt haben wir noch drei schriftformen aber leider kamen auch nichts noch dazu haben wir zwölf euro gewonnen direkt auf 30 cent und gucken ob das feature noch mal kommt ganz trockene kehle heute 40 cent bringen das feature an da ist es natürlich blöd wenn es ganz unten einläuft da hoffen wir mal dass es das schiff mal gibt das soll wenigstens noch ein paar euro zusammen kriegen das schiff ist weg anker weg das kuh leider auch die zehn stelle ist ah ne der hinten ist ja noch ein kuh gar nicht gesehen so was haben wir da ach 1 euro 60 dann bin ich die welt und nochmal 20 cent schade hoffentlich kommt das feature nochmal eingelaufen ich weiß mal 50 cent Ja, 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 ja. Es wäre natürlich schön, wenn das Feature nochmal einlaufen würde, aber es sieht nicht danach aus, als ob hier noch was käme. Es kommt gar nichts mehr. Da kam leider nichts zu. So, hatten wir ja auch mal wenigstens das Feature, wir hatten mal gesehen, was passiert. Ich hoffe, dass es euch wenigstens gefallen hat, auch wenn am Ende jetzt leider nicht mehr mehr dabei rumkamen. Gut. So, kriegen wir noch ein freies Spiel. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, bitte liken, weil sonst, wenn ich den Eindruck habe, dass euch das gar nicht mehr so interessiert und das Interesse nicht mehr so da ist, dann brauche ich das hier nicht weiterzuführen. Mit den Likes zeigt ihr, dass ihr daran Interesse macht. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.